Liebe Eltern, Großeltern und alle, die regelmäßig mit Babys und Kleinkindern zu tun haben. Mein Name ist Katharina Ried, ich bin Kinder- und Notärztin und engagiere mich auch in der Freizeit für Kindergesundheit. Der eine oder andere kennt mich vielleicht schon aus der Kinderklinik, aus dem Rettungsdienst oder aber seit September auch aus dem Netz. Dort habe ich gemeinsam mit der Elternplattform Webidu ein Herzensprojekt in Angriff genommen. Und zwar in einem Kindernotfallkurs, der eben dazu führen soll, dass ihr zu Hause sicherer im Umgang mit euren Kindern werdet, dass ihr im Notfall rascher reagieren und richtig handeln könnt. Doch das ist heute nicht Inhalt dieses Videos, sondern vielmehr die Frage besorgter Eltern zur Anwendung von abschwellten Nasentropfen bei Säuglingen unter einem Lebensjahr. Warum wende ich die überhaupt an? Wann wende ich die an? Wie wende ich die an? Gibt es irgendwelche Alternativen? Darum geht es heute. Der aktuelle Anlass und Anstoß des Ganzen ist die Information der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, kurz AMK, vom 5.11.2020. In der heißt es nämlich, dass die Anwendung der Säuglingstropfen Otreven, der Wirkstoff ist Xylomethazolin, der Stärke 0,025%, bei Säuglingen unter dem ersten Lebensjahr von nun an kontraindiziert ist. Sprich, man darf die nicht mehr anwenden. Dazu muss man Folgendes sagen. Die Begründung für den Warnhinweis der AMK liegt darin, dass es durch eine Fehlanwendung der beigefügten Pipettenmontur durch Eltern bei Säuglingen im Alter von unter einem Jahr zur Überdosierung gekommen ist und nachfolgend natürlich zu Nebenwirkungen zu entsprechenden. Sprich, der Inhaltsstoff, das sogenannte Xylomethazolin, ist an sich nicht schädlich, wenn man es in entsprechender Dosierung und nach Rücksprache mit dem Arzt, der das Kind auch behandelt, anwendet. Deshalb plant die Firma auch, die dieses Medikament herstellt, nach der Entwicklung eines entsprechenden neuen Applikators umgehend wieder die Wiedereinführung eben dieser Säuglingstropfen im Alter unter einem Jahr zu realisieren. Bedeutet de facto, bis dahin wird es auf dem Markt wieder ein Medikament mehr geben, das man als Kinderarzt bei Kindern off-label benutzen wird. Sprich, ohne eine entsprechende Zulassung. Da eben der Nutzen dieses Medikaments bei richtiger Indikation im Vergleich die Nebenwirkungen überwiegt. Und gerade wenn man sich überlegt, bei Kindern unter einem Lebensjahr ist es so, dass wenn die eine verlegte Nasenatmung haben, dann haben die ein richtiges Problem. Das sind nämlich sogenannte Nasenatmer, sprich, die bekommen nur durch die Nase Luft. Und wenn die jetzt eine verlegte Nasenatmung haben, dann müssen die sich natürlich so langsam aber sicher mal überlegen, ob sie lieber Luft holen oder essen. Das heißt, diese Kinder, die werden in der Regel sehr schlecht, weil sie einfach im Endeffekt aufhören zu essen, aufhören zu trinken, sich nur noch auf die Nasenatmung konzentrieren, um richtig Luft zu holen. Und genau aus diesem Grund sollte man bei den Kindern unter einem Jahr, wenn die wirklich eine schlimm verlegte Nasenatmung haben, auch abschwellende Nasentropfen anwenden. Wir in der Kinderklinik, wir umgehen das alles mit diesem Odreven und auch dieser neuen Zulassungsproblematik insofern, dass wir uns sagen, na gut, wenn wir mit dieser Pipette die richtige Dosierung nicht hinbekommen, dann müssen wir uns einen anderen Weg überlegen. Ich möchte euch im Folgenden also die Alternativen aufzeigen, also die Möglichkeiten, die ihr zu Hause habt, um eurem Kind abschwellende Nasentropfen zu verabreichen. Die verschiedenen Packungen, die ich jetzt zeigen werde und die verschiedenen Applikationswege, die sind alle nur exemplarisch. Es soll keine Werbung für irgendein Medikament gemacht werden. Es geht rein darum, dass die AMK diesen Beinhinweis herausgegeben hat und wir als Kinderärzte jetzt natürlich versuchen, den Eltern zu erklären, welche Möglichkeiten sie haben. Also, los geht's! Beginnen möchte ich mit den Odreven Nasentropfen. So sieht die Packung aus. Wenn man das Fläschchen aus der Packung rausholt und hier oben diesen Deckel aufschraubt, kommt die Dosierhilfe zum Vorschein, die Pipette. Ja, da ist jetzt schon eine bestimmte Anzahl an Tropfen hier drin. Jetzt möchte man natürlich das so dosieren, dass nur noch ein einziger Tropfen drin ist. Man sieht schon, wie schwierig das ist. So, ich denke mal, das könnte jetzt funktionieren und das würde ich meinem Kind jetzt in die Nase träufeln. Wir probieren das aus. Ja, und schon sieht man, es wären eventuell nicht ganz knapp zwei Tropfen geworden, anstatt einen. Sprich, man hätte jetzt schon eine Überdosierung gehabt. Das heißt, es ist richtig, dass viele Eltern sagen, mit dieser Dosierhilfe ist es schwierig, genau einen Tropfen in das Kind zu bekommen. Wir in der Kinderklinik, wir machen das deswegen anders oder auch im Rettungsdienst, falls wir so ein Medikament zur Verfügung stehen haben. Es gibt sogenannte 1ml Spritzen. So sehen die aus. Da passt genau 1ml rein und das ist in 0,1ml Spritzenteilen abgeteilt. So, man führt quasi diese Spritze hier ein, macht wieder dasselbe wie bei der Pipette und dann kann man im Endeffekt ganz genau schauen, bis man genau einen Tropfen drin hat. Das wäre jetzt der Fall und diesen einen Tropfen kann man dann verabreichen. So, perfekt gelöst. Und dann macht man das für die andere Seite nochmal, zieht wieder auf, hat wieder genau einen Tropfen hier drin und diesen einen Tropfen kann man dann ins andere Nasenloch verabreichen. Jetzt fragt ihr euch zu Hause wahrscheinlich, ist es denn die einzige Möglichkeit, mit einer 1ml Spritze das ins Kind zu bekommen? Nein. Es gibt auch Hersteller, die sich schon Gedanken zu anderen Applikationsformen gemacht haben und den sogenannten Dosiertropfer entwickelt haben und auch anwenden. Und das möchte ich euch jetzt einmal demonstrieren. Wichtig? Die sehen ganz anders aus. Die sehen eher aus wie Nasensprays. Haben oben eine Kappe, die macht man ab. Dann hält man das verkehrt herum, übt hinten Druck aus und dann schießt ein einziger Tropfen nach jedem Druck hinten raus. Das ist natürlich sehr schön. Wichtig, ich möchte nochmal betonen, ich mache dafür keine Werbung, also für das Produkt, sondern möchte nur aufzeigen, dass es eine andere Möglichkeit der Applikationsformen gibt. Neben den ganzen Alternativen, die ich euch jetzt im Video aufgezeigt habe, ist mir unheimlich wichtig, dass ihr für euch zu Hause mitnehmt, dass abschwellende Nasentropfen richtige Medikamente sind. Die verengen die Gefäße in der Nase, wodurch die Luft besser einströmen kann. Das ist der Wirkmechanismus. Und natürlich, jedes Medikament kann auch Nebenwirkungen hervorrufen. Bei diesem Medikament, bei dem Xylomethazolin beziehungsweise bei dem Oxymethazolin, ist es vorwiegend eben die Toleranzentwicklung. Sprich, man sollte das Medikament deswegen nicht länger als sieben Tage am Stück anwenden, weil es dann zu einem sogenannten Rebound-Effekt kommt. Alle anderen Nebenwirkungen, wie eben die durch die AMK gefürchtete Apnoe- oder Atemaussetzer, dass das Kind aufhört zu atmen, die sind sehr selten und häufig auch nur dann der Fall, wenn sie bei ganz, ganz kleinen Babys, bei Frühgeborenen, Neugeborenen oder wenigen Monaten alten Babys angewendet werden und auch immer in Zusammenhang mit Überdosierungen. Und deswegen, falls euer Kind schlimme Luftnot hat, weil es durch die Nase keine Luft mehr bekommt, dann Nasentropfen rein und ab zum Arzt. Und der wird dann weiter entscheiden, wie, wann und warum ihr eure Nasentropfen eurem Kind weiter verabreichen sollt. Dankeschön.